Hallo und herzlich willkommen Leute zurück So let's befeuern wir in 3 Houses Wir sind hier Bei dem Kapitel 18 war es glaube ich Ja Und ich würde jetzt eigentlich Warte Kasper wo ist der Typ Er hat auch noch seinen Hammer Ja genau Die Typen machen wahrscheinlich einen derben Angriff 43, doppeln können sie garantiert nicht Wie schaut's denn aus Kann ja prüfen einfach Ja okay Also er killt sie leider nicht Er haut schon ganz gut rein Ähm ja Also ist schon okay so Aber der Typ hier ist eher das Problem Mit seinem Wurfball trifft er mich halt überall Dann würde ich Warte jetzt müssen wir aufpassen Brandboden Natürlich alles wieder Brandboden Alter So jetzt wird sie ja von beiden Seiten angegriffen Vielleicht kann ich den Schaden ein bisschen reduzieren Ne kann ich nicht Ja weil die beide überall hinkommen Ne Ist das Problem Okay Irgendwie hier ist auch voll die enge Stelle Da kann irgendwie Kann das wirklich lang laufen Na gut sie kann das Meteor Hallo Ne aber Nächstes Mal würde ich mir echt aufheben Weil dann kann man vielleicht auch diesen Typen da weg machen Also Den der Richtig abnervt Mit seinem komischen Gewitter Ach so Beide hat jetzt auch nur so So ein So ein Strategie Was mehr macht Oh da hätte ich drauf achten sollen Das ist jetzt ein bisschen blöd eigentlich Na ich wollte natürlich Eine Strategie mit ihr angreifen Ne So Jetzt geht es mal schade Mit diesem blöden Brandboden Kann ich jetzt leider aktuell nicht verhindern Ne Na gut Dann ist es halt so Wie gesagt Müssen wir mit dem Plan kommen Und Ja Genau Das dachte ich mir schon Dass ich die relativ easy weg machen werde Hier Watz watz Nice So jetzt kommt gleich Dieser Bogenfreak wahrscheinlich an Oh ich weiß gar nicht Kommt der oder wartet der da einfach Ist durch die Frage Boah sie krittet Für 3% Uh Schöne dir das Nicer Job Okay Keine Verteidigung Naja passt schon So wer ist denn hier überhaupt markiert Ich glaube Ah ja der Typ Okay die kommen da anscheinend auch schon irgendwo hin Dann markiere ich mir die auch nochmal rot Ich glaube Gut den Typ sollten wir jetzt eigentlich easy down kriegen Hier Ist hier überall Brandboden oder was Na natürlich da wo die Gegner stehen ist kein Brandboden Ist klar Okay ich muss eben von nah an Oh hier sind schon Oh hier sind schon die Freunde Okay Okay der kann aber eigentlich nur die äußeren Dinger angreifen Also eigentlich relativ schwach Ist fast egal wenn ich behaupten So Genau den Typ macht Kasper down Und dann schauen wir was hier abgeht Wie arg was sieht die denn aus Na ja das geht ja voll Das ist voll in Ordnung Auch der Typ Boah der kann es ja auch überatmen Oder was Das ist ja richtig ätzend Okay das ist echt richtig ätzend Dann müsste ich wahrscheinlich sogar hier lang gehen Dann verstehe ich jetzt aber warum man ganz außen hingehen soll Weil ich habe mich schon gewundert warum man hier überhaupt lang gehen sollte Was doch voll unnötig ist Aber es ist leider nicht unnötig Und das sind jetzt hier die grünen Werte Sind das was besser ist Magie erhöht um 4 Was um 10 erhöht Wollt ihr mich verarschen Das heißt der trifft jetzt noch besser als er eh schon getroffen hat Und ist nochmal um 4 1 Dinger Punkte stärker Okay das ist ganz schön krass Also wie gesagt das Problem ist der Typ der kommt hier überall hin Ihr seht ihr ja Was der für eine Reichweite hat ist ein bisschen asozial Heißt ich habe da eigentlich keine Möglichkeit irgendwie durchzukommen Ohne von dem getroffen zu werden Oh dann werde ich wirklich überall von dem getroffen Lass mal kurz gucken Ja okay ich könnte schon so laufen Dass ihr nicht von dem getroffen werdet glaube ich oder Von hier aus kann ich doch easy hier rüber laufen so Und ich meine eigentlich kann ich Wenn er selbst nämlich einmal angreift Dann gehe ich wieder aus deiner Range raus Ich glaube das ist trotzdem schneller insgesamt Als wenn ich hier ganz außen rum laufe Ich meine hier ist halt das Hier ist wahrscheinlich auch einer mit Nosferatu Also man muss halt wirklich auf die Ranges aufpassen Ich markiere mich einfach allemal Aber dann passt das Dann würde ich das eigentlich gerne so machen So passt mal auf Jetzt da kommen schon die Rittertypen an Okay Ah da kommt sie überall hin Das heißt ich muss die aus Range fertig machen Okay Gut kann ich das nicht eigentlich machen? Habe ich da irgendwas zu befürchten? Eigentlich nicht oder? Ne Am liebsten würde ich mit Beides da angreifen Da kommt halt auch nicht hin Das könnte ich am nächsten Zug machen So ich könnte sie mal hier hinstellen Und dann mal kurz heilen Und endlich Ich glaube ich mache es trotzdem So dass ich hier oben lang gehe Weil alles andere dauert einfach glaube ich echt ewig lange Vor allem sehe ich da nicht so viel Sinn da unten lang zu gehen Wenn ich auch einfach hier oben lang gehen kann Und das müsste ja funktionieren Weil ich kann ja hier durch die Flammen laufen Ist zwar ein bisschen blöd wegen dem Schaden immer Und so das ist klar Aber es müsste funktionieren Ich muss dann halt immer so laufen Dass ich gerade nicht in dieser Range bin von dem Typ Ah und Leonard kann hier überall lang laufen oder was? Das ist ja cool Okay Jetzt bin ich direkt wieder dran Okay der rastet wieder aus hier Halt die Schnauze So jetzt Beides müssten den doch wahrscheinlich in einem Turn Ja Das hatte ich gehofft Dann bitteschön Schau mich nicht so an So kann ich nicht zielen Sollst du auch nicht Komm Kritte Scheiße Jetzt wahrscheinlich wieder Ne Okay Down der Typ Ich wollte das Richtige tun Donato Hast du aber nicht Du hast das Falsche getan Weil du mich angegriffen hast Schmock So Sollst du mal kurz gucken Wo der Typ hier war Aber der hat nicht so eine hohe Range Das ist irgendwie nur der Typ hier Der hat natürlich jetzt eine Range Die abnormal ist Reichweite 1 bis 4 Und der hat noch Reichweite 1 Ja Ist natürlich wieder klar Dass der Typ dann wieder mega viel hat Ähm Okay Lass uns noch kurz gucken Was sind das für Typen Haben die irgendwas Was mir gefährlich wird So überarzt Okay Standardreporteur eigentlich Dann Kann man da eigentlich schon angreifen Ne Ja Die machen schon ein bisschen Schaden Aber jetzt nicht Äh Nichts was jetzt so richtig krass ist Wie gesagt Das dauert jetzt halt leider Bis ich die ganzen Einheiten hier durchgeschickt hab Ist mir bewusst Aber Finde ich trotzdem nach wie vor Den Äh Besten Weg Ja doch schon irgendwie Auch dieser Brandboden So Der ist natürlich schon nervig So Das ist natürlich auch noch nice Dass ich noch ein paar Leute dabei habe Die hier noch ein bisschen Äh Heilen können So Die Ritter sind halt irgendwie Jetzt sehr langs auf diesem Brandboden Die Vita kommt so gar nicht vorwärts Schon krass So Können wir sie noch mal heilen Ähm Ich glaube nämlich Das müsste auch kein Brandboden mehr sein Das heißt Ich Genau Ich verscheide jetzt keine Punkte Okay Dann schauen wir doch mal Ach nö Jetzt bekommen wir zurück noch Oh es kommt ja auch noch tausend Einheiten danach Oder was Das ist ja echt ultra nervig Wahrscheinlich wenn ich einen anderen Weg genommen hätte Dann wären die auf der anderen Seite gekommen Ist klar So Die werden aber alle gleichzeitig im nächsten Zug So ziemlich da sein Das ist ganz gut Da kann man die gleichzeitig bearbeiten Und dann sind die jetzt tatsächlich Machbar Denke ich So Panzerbrecher Nice Macht genau da Und Tschüss Tschüss Tchaikowski Perfekt So Goil So jetzt Ähm Genau Da kommt halt dieser Typ hier an Der kommt da überall hin Das ist schon ein bisschen kacke Echt sagen So jetzt muss ich halt gucken Wie ich das hier am besten mache Äh Der kommt an oder Okay den kann ich relativ weit locken Also ich würde es eigentlich gerne so machen Dass ich echt nicht so viele Leute besiegen muss Aber wenn sie hier Das Bis ich die alle gekillt hab Dann ist Das ist morgen Sag ich euch Ich versuche einfach relativ schnell Den Typ hier down zu machen Vor allem weil die auch immer stärker werden So ne Also ja ich glaube das ist tatsächlich relativ sinnvoll das so zu machen Genau er kann schon mal nach oben weil ich glaube ihn werden wir jetzt ihn nicht so ausführlich brauchen Wurftweil das kann ich kaputt machen Okay mach halt Ist glaube ich relativ egal Da habe ich noch einen Platz mehr wo jemand stehen kann Genau So jetzt muss ich kurz überlegen Genau sie brauche ich auf jeden Fall Auch für die ganzen äh Bogensachen und so die gleich noch kommen werden Okay Dann können wir gleich mal voll heilen Okay er hat eigentlich eh so weit der Reichweite dass er überall hinlaufen kann Das ist auch nicht schlecht Ähm Jetzt müssen wir mal gucken Linnards So ich brauche auf jeden Fall Javiza Brauche ich hier vorne Beim nächsten Zug werden die alle hier sein Die blöden Bogentypen Und dann müssen die alle down Vielleicht kann ich sogar schon mit dem Meteor da hinwerfen Ne der kommt gerade so nicht hin Naja Doch Jetzt war es gerade Gerade ging es Ja jetzt geht es Mach ich das mal Da sind die nämlich schon vorgeschwächt Also der Mensch heute geht ja auch mal auf die umliegenden Einheiten mit Schwächung und so Yes Uh Geil So die kommen jetzt nämlich trotzdem alle an Aber sind schon alle vorgeschwächt Das heißt im nächsten Zug haben wir es wesentlich leichter Die dann auch down zu machen Genau So und ich persönlich möchte dann gerne mit Vorgrativ Okay Okay und dann schauen wir mal Ach da kommen jetzt auch noch welche Boah warum jetzt sind alles Pegasus So wie sieht es denn aus Jetzt sind hier unten natürlich noch die ganzen Typen Die werden jetzt auch alle hochkommen Okay wahrscheinlich kommt von jeder Seite Dann kommen wahrscheinlich das nächste rechts auch noch welche nach Super Okay ich meine sie kann ich glaube ich relativ unproblematisch hier hinstellen Weil der Typ Sollte sie nicht down machen eigentlich Okay aber wir schauen mal Vielleicht kriegen wir doch mit den Einheiten hin die hier stehen Man lindert und so sind die eigentlich auch nicht schlecht Okay ich nehme es zurück das scheiße Ähm nein Spaß eigentlich ist er eigentlich nicht so schlecht Dorothea ist eigentlich ziemlich stark auch Aber auch sie hat hier wohl ihre Schwierigkeiten Krass Gut der Jericho sollte auf jeden Fall einen down machen Okay aber Jericho hat auch den Vorteil dass der sich Der kann sich ja auch hinstellen und attacken lassen von dem Viech Das wird ihm relativ wenig ausmachen Vergleichsweise wenig Nee ich dachte die gehen möchte ich eher nicht machen Das Gute ist die können sich nicht wehren Also ich kann auf jeden Fall welche vorspächen Das würde ich auf jeden Fall auch machen So mach mal So und da können wir ein paar Leute nämlich finishen Ich glaube die Typen machen nicht so eine geile AG oder? Boah doch 25 ist echt nicht so bad Boah das heißt er doppelt das auch noch alter Man Er wird sie aber nicht doppeln Nein Okay das heißt sie kann sich hier zum Beispiel auch hinstellen Sebastian trifft irgendwie nicht so geil Boah nee es trifft echt nicht so geil Also der Typ wird tot gedoppelt glaube ich Das ist keine gute Idee den da hinzustellen Ähm okay Bernie Macht aber auch nicht so safe einen down Nein das ist auch alles nur so Doch ja gut aber der ist nicht down Komm es trifft Yes Es trifft so sehr gut By-Lift kann ich auch ohne Probleme Ich will By-Lift muss ich eh runternehmen Den muss ich eh runternehmen Weil unten kommen ja noch die ganzen anderen Pegasus Einheiten und da brauche ich ihn auf jeden Fall Also das ist klar So Und Schleswigowski und jetzt müssen wir noch überlegen wen ich hier noch in die Rage reinstellen soll Okay Der greift gar nicht an Doch also ich glaube schon dass der angreift Normalerweise Man sieht es ja auch hier der Pfeil geht schon auf sie so Also der wird schon angreifen Dann soll ich auch nochmal safe machen und den Chaviza kälen lassen Ich glaube schon Weil kein Bock dass der Typ mich dann tötet oder so Achso der ist jetzt ausgewichen Na gut Soll mir eigentlich recht sein Das finde ich jetzt nicht so wild Ähm ich meine ich kann immer noch mit Huber zum Beispiel von hier aus töten Machen wir mal mal was bitte Ja man Okay Jetzt schauen wir mal Wen greift der an Okay also ihr greift der tatsächlich an Das ist ja interessant Okay Äh Leonard kann ich auf jeden Fall schon mal nach hinten stellen Ja ich muss eigentlich keinen heilen oder Sehe ich jetzt nicht Worauf ich das machen sollte So ähm Sie kann ich auf jeden Fall wieder nach unten stellen Weil wie gesagt Gleich kommen halt hier unten Diese ganzen Scheißkerle an Und die werden auch relativ schnell da sein Okay die beiden noch nicht Aber die werden im nächsten Zug dafür da sein Also die Muss ich Die werden die killen müssen Und zwar so Dass mich die beiden hier danach Nicht irgendwelche einhalten können Also das wird Wird so nochmal sehr spannend Ja ja Das kann man definitiv festhalten So Ferdinand von Eier Wird nicht so die große Rolle spielen dabei Weil es da Ferdinand von Eier ist So Achso gut Ihr kann sich wieder ein bisschen runterstellen Das ist aber eigentlich egal Wird auch nichts dafür machen Achso Weil der jetzt natürlich da ist Kann der mich immer noch nerven Und mich jetzt immer weiter angreifen Ne Ja Ja komm Alter Wie oft werden die eigentlich stärker gemacht Das ist doch auch mega unfair oder Erstmal ohne Scheiß Was soll das denn Okay der kommt noch nicht mal hin Der kommt gerade so nur an mich ran Das ist gut zu wissen Aber der Typ fuckt jetzt halt richtig ab hier Der muss ich eigentlich Ich glaube ich muss das kurz anders machen Und zwar Okay warte ich lasse es vielleicht erstmal so Aber das Problem ist halt dieser Typ hier Der wird mich jetzt die ganze Zeit nerven Und Der hat jetzt so eine hohe Range Und Das ist echt kacke Der nervt mich jetzt richtig an Und zwar die ganze Zeit Wird er mir jetzt auf den Sack gehen Und das ist logischerweise ein Problem Wir schauen mal ob A mehr trifft Hat getroffen Das ist geil Okay da sehen wir die maximale Range Von diesem Typen So wenn ich jetzt hier jemanden hinstelle Ja Das ist die Scheiße Dass der Typ jetzt übelst abfuckt Oh Mann ey Das kann doch nicht wahr sein Warum muss der da jetzt rumnerven Ich kann ja auch nicht durch die Wand Meine Strategie mehr machen Ja klar Also eigentlich kann ich es gar nicht mehr Gescheit schaffen jetzt Dadurch dass der Typ jetzt gekommen ist Das ist echt scheiße Das ist richtig scheiße Dass der da ist Weil ihr seht ja Der Typ steht einfach Der wird hier alle meine Einheiten Die ganze Zeit angreifen Na gut Zumindest die die in Range sind Aber es sind ja fast alle in Range Also Schauen wir mal Eigentlich wenn ich keinen in der Range habe Sollte es relativ gut machbar sein Oder nicht So genau Ihn kann ich jetzt Da anstellen So jetzt muss ich echt ganz genau aufpassen Wo die hier angreifen können Was ist denn hier alles rot Das kann man weg Der muss eh sterben Dorothea Gut sie wird wahrscheinlich nicht Oh vielleicht kann sie ihn töten Nein kann sie nicht Okay Wer greift die an Wenn ich fragen darf Achso Der Typ der eh down ist Okay ja Makes sense So dann würde ich es nämlich gerne so machen Und vielleicht mit Bernadette Von hier aus angreifen Trifft halt irgendwie nur sehr bescheiden Warum auch immer Nichts ist ja Ganz normaler Eisenbogen Der ist doch eigentlich Vielleicht hier trefft sich Ja okay Von euch darf halt niemanden Von diesem Typen hier angreifen lassen Der ist jetzt halt noch Obwohl eigentlich ist die Range Genau gleich wie vorhin Wenn ich es gerade sehe Oder Ja ja Die Range ist genau gleich Ja Der kann nicht mehr angreifen Als letztes Mal So die werden jetzt Beide Edelgard angreifen Können sie aber eigentlich So Den vorderen werde ich mir Jetzt mal kurz demarkieren Und den hinteren halt markieren Okay Weil dann weiß ich Ähm Wo er hier hin kann Oh dann kann ich hier voll heilen Und dann Sind wir eigentlich Relativ problematisch Mit der Ritter Fertig geworden Würde ich behaupten Genau Er kann auch hier nochmal Lindertz voll heilen Meinetwegen Weiß nicht Also Lindertz hat schon Hat er schon gezogen Ja anscheinend schon Okay gut Dann wie gesagt Die kommen noch an Ich schätze da werden nochmal Welche nachkommen Wie gesagt von hier rechts nochmal Wie viele waren das drei Stück Und ich hoffe Dass dann erstmal Ruhe ist Also wenn jetzt wieder Unendlich viele Einheiten In jedem Zug Hier drei Hier darf vier Und sonst was Dann wird sie ja richtig 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 behindert Ansonsten Sehe ich eine Chance Dass es machbar ist Genau Und hier kann ich dann Diesen Typen anlocken Also mein Plan wird sein Den down zu machen Dann das Vieh vielleicht parallel So ein bisschen Die werden halt Ab nochmal stark Jetzt irgendwann Ich weiß noch nicht Wie die Entwickler sich das vorstellen Die werden halt so krass Irgendwann Dass es unmöglich ist Die zu besiegen Also keine Ahnung Wie das gehen soll Weil ich kann jetzt halt Unmöglich hier auch schon Angreifen So das geht ja nicht Ich kann natürlich schon mal Nach vorne gehen mit denen Aber wirklich Schwächen werde ich Die nicht können Weil ihr seht ja Was macht der Ach die kommen jetzt auch noch Alle an oder was Sehr witzig Okay Wahrscheinlich treffe ich Jetzt dieses Mal nicht Ne alle noch komplett voll Nice Das ist doch mal schön Kein einziges Leben Wurde abgezogen Von den Typen Boah man Die haben alle so viel geschickt Die triffst du einfach nicht Das ist echt Echt zum Kotzen Was ich jetzt da Muss ich sagen So jetzt kommen die hier halt Alle eh an Okay Gut Wir sollten es Eigentlich relativ gut schaffen Glaube ich So das Problem ist Schaut euch mal an Die Leute von mir werden Klar keine Chance haben dagegen 30 mal 2 Ja Ähm Also jetzt Tolle Einheiten sind das Ähm Fair wie sonst was Boah die beiden müssen hier auf jeden Fall drauf gehen Die kann nicht mehr demarkieren Okay da haben wir jetzt die andere Range Mann Das Problem ist halt Wenn ich mich hier unten ewig aufhalte Mit den Typen die zu kümmern Ich komme halt nicht wirklich nach oben Und ich komme nicht voran So Das ist echt das was mich jetzt Ein bisschen ankotzt Und alles nur Weil die Scheißeinheiten da erschienen sind Wenn die Scheißeinheiten nicht erschienen sind Wäre das alles doch super easy Dann hätten wir die Probleme nicht Und jetzt fehlt ein Schadenspunkt Oder was Das ist doch wohl Ein schlechter Scherz Was trifft hier am besten Warum Warum hat der eigentlich nichts Was geil trifft irgendwie Ich werde das Schöpfer trifft am besten Nimm wer hat das Es läuft wieder alles so suboptimal Hier das ist echt richtig richtig scheiße So sie kann hier halt schnell angreifen So das ist das geile Kann sie nicht irgendwas rausballern Was schön stark ist Tollon Ach das Pfeil Komm Weil ich will mich hier echt nicht so lange aufhalten Weil die kommen sonst alle von hinten Gehen mir richtig hart auf die Eier Und Hm Ich kann da halt nichts machen So Das ist so ätzend Weil die Mager können sich schnell bewegen Das ist das geile Vielleicht wenn so ein Mager hier noch jemanden down kriegen würde Ja das ist not bad Sag ich wie es ist Aber irgendwie kommt da keine Hand an die Das gibt es doch gar nicht Doch Leonard macht's Okay So und dann versuche ich nämlich hier noch mit der Bernadetta von hier aus den Typen zu killen Wer das trifft dich dann rast dich aus Doch okay So weit so gut Und jetzt bitte alle schnell ab nach oben Und dann bitte den Freak da oben irgendwie versuchen zu töten Weil das Problem ist halt der wird auch immer stärker Das ist schon ein bisschen übertrieben hier oder nicht So Genau die gehen jetzt alle schon mal nach oben hier Das Problem ist die werden teilweise sehr lange brauchen Aber die brauchen ja eigentlich auch ziemlich lange Ich meine wir sind hier noch durchs Feuer und so Also eigentlich dauert das auch noch ein bisschen bis die da sind Hoffe ich Also ich finde es ein bisschen scheiße dass da wieder so viele Einheiten nachkommen Weil das ist irgendwie das immer was bis ein bisschen Ja Macht los Macht's Aber wenn es ja richtig ist Sind jetzt keine Einheiten nachgekommen Ist das richtig? Scheint richtig zu sein So Dann schaue ich jetzt mal Wer greift mich hier an Da kommt wirklich nur dieser eine Typ runter Schauen wir mal ob der Geist ist krank Oder ob man den auch irgendwie besiegen kann AG 30 Er hat eine Kriegerachs Das heißt der doppelt auf jeden Fall Okay Macht eventuell sogar vierfach damage Das muss ich mal gucken Okay er macht er doppelt auf jeden Fall Er doppelt und mit was doppelt er? Was hat er so für Werte? Wie viel Schaden macht er mir der Freak? Ich überlege gerade muss ich überhaupt den Typen töten? Eigentlich nicht oder ich kann doch sogar einfach hier lang spazieren Und den da rumlochen lassen Also im Grunde muss ich wirklich nur hier töten Ich glaube es ist auch so gedacht Dass man einfach relativ schnell durchblaschen soll Und den Typ killen soll Weil ihr seht ja was hier abgeht Natürlich wenn die alle auf mich zukommen Dann 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 rip Aber jetzt wartet mal Angriff 58 Boah die haben so einen angefangen Bei den Typen Das ist einfach unglaublich 58 Ich habe Schutz 37 Das heißt ich kriege Drei Schaden Plus Was hat er? 58 hat er gehabt 11 Dann kriege ich 21 mal 2 Das sollte ich aber überleben Und ich kann ihm richtig schön auch auf die Fresse geben eigentlich Das gibt noch ein bisschen mehr Ausweichen Und es gibt ein bisschen mehr Agi Aber Agi bringt mir ja nichts leider Das macht halt richtig Ja eigentlich ist es Ich werde es auch hier Wenn sie nehmen Aber das ist ja die bessere Wahl Und ich kann ja auch noch mit ihm Hier ein bisschen sammeln Das ist glaube ich auch noch mal eine gute Sache So und wie gesagt Die jetzt einfach Kommt nach oben Boys Und Girls natürlich Ähm Genau aber die brauche ich hier Das ist klar So Die gehen hier auch alle Einfach einfach verpüßen Wir verpüßen uns Tschüss Immer wiedersehen Wir hauen einfach ab Und rennen ganz weit weg Okay Und laufen ganz weit weg Ganz weit weg Tschüssi Boah diese Typen da unten sind jetzt halt echt zu scheiße Äh das ist halt immer der Typ mit seiner Range Der Rest der wird mich auch ewig brauchen Und der Typ wird halt relativ schnell da sein wahrscheinlich Obwohl jetzt kommt er glaube ich auch nicht so schnell hinterher Weil er kann sich Drei Felder kann er sich bewegen Oha das ist schon viel Ne wir gucken mal Ach die kommt jetzt auch Ups dann was glaube ich für mein Leben Ach der haut wieder ab Ach ist ja cool Ja optimal Wenn er wieder abhaut Dann habe ich damit gar kein Problem So ja ja Halt die Fresse Ähm Okay Das ist aber ein bisschen scheiße Ich dachte dass der Typ hier ankommt Ah das ist gar nicht so Da kommt die blöde Kuh Kann ich die irgendwie Ich habe doch hier WTO oder sowas Oh das ist jetzt aber richtig scheiße Weil die kommt jetzt halt Die kann mich ja überall aus angreifen Ne Ja die kommt über Über das gesamte Angriffsfeld kommt sie Okay Werde ich den Zug glaube ich nochmal rückgängig machen müssen Außer ich kann sie jetzt irgendwie töten Aber ich sehe nicht wie ich sie gerade töten können sollte Das ist doch alles kacke ey Ja also selbst wenn Meteor stark ist Das wird sie auf jeden Fall nicht umtöten können Und ich kann sie nicht mal mehr treffen damit wie es aussieht Ne die ist nicht im Bereich Seht ihr Ist zu weit weit Gut dann muss ich den Zug leider zurückspulen Auch wenn es schade ist Ähm Hubert Ferdinand Jerica zog Ach Jerica war der Erste der gezogen hat Okay Super Dann muss ich alles nochmal machen Ähm Ja gut Dann frage ich mich wer kommt hier an Nur der Freak Okay Wenn nur der Freak ankommt Dann kann der eigentlich kommen Der hat jetzt halt eine AG23 Würde mich also nicht doppeln Aber ich habe halt hier auch noch Brandboden natürlich Okay ich könnte mich hier hinstellen Also ich glaube mit dem werden wir nicht drum herum kommen leider Oder werden wir mit dem drum herum kommen Also ich habe mich gerade hier hingestellt Da kam die blöde Kuh an Aber ich glaube hier kommt man nicht Ich glaube ich werde den töten müssen Ja Wird wahrscheinlich nichts dran vorbei Ah ich kann hier jetzt schon mal mit Kurzsperr hier ein bisschen anhitten Das gefällt mir Das machen wir mal Bitte Stehe ich halt jetzt in den Flammen Das ist ein bisschen uncool Oh ich kann ja Ich kann nicht zurückgehen Genau Dann müssen wir es hier nach und nach machen Also wichtig ist Äh Deal-Sender-Range natürlich Aber vor allem Wartet den würde ich gar nicht markieren Ihre Range hat Die hat eine richtig hohe Range Ne Mit diesem scheiß Gewitter Das ist schon ätzend Das ist schon echt sehr ätzend So Vielleicht kann sie hier mit dem Strategie Achso sie hat ja nur diese Strategie Okay sie ist echt gar nicht so bad Wie ich dachte Frage ist Hält sie den Angriff von dem Freak aus Oder wird sie von dem gekillt Weil der wird sie sich ja am nächsten Zug wehren Der Kollege Ne So ist es ja nicht Der hat Angriff 59 Aber wird nicht doppeln Halten wir Angriff 59 aus Oder vielleicht Ist er Kann ich jetzt schon mit Hubert angreifen Ne Doch kann ich Uh Kratz ab Oh Mensch Sorry Okay Okay hat er noch zwei von diesen Dingern Okay Nein Der Der wird sie töten Und zwar zu 100% Da kann ich nichts gegen machen Ähm Der wird Auch richtig gnadenlos gekillt Alter Das ist so heftig Dieses Viech Selbst Jeriza kriegt übelst auf die Fresse Also die haben echt ganz schön gelitten hier Mensch So Genau Die verpissen sich jetzt wirklich alle ganz schnell Aber das war ja gut Der Typ ist wieder weggegangen Ne Ich meine diese komischen Ritter haben mich zwar noch abgefuckt Aber die sind nicht so schlimm Würde ich behaupten Die sind nicht so schlimm Die mit dem kommen wir klar Klar so Ne Das wird Wer hat echt nervt ist dieser komische Freak Aber wenn der wieder weg geht Okay Dann ist ja alles gut So Okay dann schauen wir mal Was ist jetzt passiert Boah das ist doch Boah was 25% Twitch Chance hat Ja Das ist krass Muss man richtig aufpassen Ich glaube das liegt an Jeriza Weil Jeriza ist ja eh immer einer Der relativ schnell weggekrittet wird Irgendwie Ähm Aber das ist schon eine Ansage so 25% Twitch Chance ist heftig Okay Todesgeheul macht unser nächstes Leben weg Das müssen wir machen Also den Typen müssen wir jetzt auf jeden Fall wegmachen in dem Zug Sollten wir auch hinkriegen denke ich Wenn alles gut läuft So Vielleicht Mit Fiederschwert ist sie übel abgegangen Aber sie wird halt leider Boah der hat echt so eine hohe Twitch Chance der Typ Das ist echt sehr kacke Ähm Boah was Warum hat der so eine hohe Twitch Chance Der krittet ja alle weg Was ist der kranke Typ Da muss ich fast Also das Gute ist Die können sich nicht aus der Entfernung wehren Das heißt genau Zum Beispiel beide vier kann da richtig Richtig nice aus der Entfernung angreifen Das ist echt ein sehr großer Vorteil Den man hier nutzen muss Ich glaube sonst schafft man es nicht Und da muss man irgendwie gucken Dass man mit anderen Einheiten Den Todesschlag setzt So ne sie kann jetzt rein theoretisch Oh 100% Ja optimal Zack Und die haben auch nicht diese Scheiße Wie im letzten ähm Im letzten Kapitel Mit ihrem Blödsinn ne Dass die hier immer ankamen und so Okay warte jetzt Also den Typen kann ich Ich muss da jetzt leider reinlaufen Geil Ich hab jetzt auch nicht Linerts hier Der direkt irgendwie den Schaden abfangen kann Für uns Okay da könnte ich noch ein Meteor reinknallen Da werden die hier hinten schon mal richtig geschwächt Äh werde ich aber eher nicht machen Ich versuche mit dem Meteor tatsächlich Äh da hinten die Watten zu töten Mal schauen ob es klappt Ähm Was was war das Ähm ich möchte eigentlich hier hinlaufen Genau und dann heilen Oh was ich natürlich auch machen kann Ich kann Teleport machen Und dann kann ich beide direkt hierhin teleportieren Das ist glaube ich ein bisschen lustig Weil hier sehr viele äh Krasse Typen sind Vor allem Also da könnte ich mich halt nah an die Rand teleportieren Und die Down machen Ich hab mir auch ein bisschen Schiss vor dem hier Also ich werde die jetzt mal wieder demarkieren Und vielleicht demarkieren Also ich weiß wo der jetzt für die Kind kommt Ja gut Jeriza bräuchte eigentlich eine sehr dringende Heilung Hat er nicht ein Elixier gehabt Das ist ja dann nicht Schade Okay warte jetzt Ich werde auf jeden Fall versuchen Kommt da schon jemand Irgendjemand hin Ja Also sie wird Kasper unmöglich töten können Das kann ich mir nicht vorstellen Dann kann ich Dann kann Also dann würde sie nämlich schon mal Einen von ihren Zaubern verbrauchen So das ist auch nochmal eine gute Sache So ja müssen wir so machen Müssen wir so machen Und dann schauen wir doch mal Ich bin gespannt So was habe ich Habe ich ein Warte jetzt Wer ist das Das ist Feriener von Eier Der hat gar nichts Okay Was habe ich im Vorrat Habe ich im Vorrat noch irgendwas Ich habe sogar noch ein Elixier Okay Ja warte Aber ich glaube ich heile Ich kann jetzt ja eh nicht mehr Dingern So sammeln wir nochmal So die werden nochmal Ah das heißt Das ist die ganze Zeit Charbi Boah Okay sie trifft sogar nicht Ah aber das verbraucht Ich glaube ich keiner von ihren Zaubern Ich glaube der geht einfach wieder Auf seine Position zurück Ah die kommen jetzt hier alle an Okay Okay Das ist aber nicht so verkehrt Genau ich meine ich könnte Beile hierhin Hierhin setzen Okay makellose kann aber auch noch irgendwie in der Range angreifen Boah ich wette der wird richtig richtig ekelhaft Ah die hat sogar mehrere Phasen Die ich gerade sehe Makellos Okay aber ich sehe schon gepaart Das vollkommen überzogen ist Ich vergesse es immer Oh nein Was Achso Erhältkid plus 50 Was Alter Was soll denn das Das ist also so ein Glücksspiel Ob man gegen den gewinnt Okay Na gut Leute guys Aber ich würde sagen Das war es in der Folge Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und dann bis zum nächsten Mal Haut rein